Wohin gehst du? Ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Theater. Ich gehe jetzt in die Schule. Ich gehe jetzt in die Schule. Ich gehe zum Supermarkt. Ich gehe zum Supermarkt. Ich gehe zu meiner Mutter. Ich gehe zu meinem Vater. Ich gehe zum Sport. Ich gehe einkaufen. Ich gehe essen. Ich gehe spielen. Ich gehe nach Berlin. Ich gehe spazieren. Ich gehe ins Schwimmbad. 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 Ich gehe wandern. Ich gehe zum Friseur. Ich gehe zum Fleischer. Ich gehe zum Fleischer. Ich gehe zum Bäcker. Ich gehe in ein Café. Ich gehe zum Bahnhof. Ich gehe zum Bahnhof. Ich gehe zum Schuster. Ich gehe zum Schneider. Ich gehe zum Krankenhaus. Ich gehe zum Krankenhaus. Ich gehe baden. Ich gehe tanzen. Ich gehe tanzen. Ich gehe schlafen. Ich gehe in den Keller. Ich gehe in den Keller. Ich gehe zu unseren Nachbarn. Ich gehe zu Herrn Meier. 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 Ich gehe schnell zum Buchladen. Ich gehe Brot kaufen. Ich gehe Brot kaufen. Ich gehe auf den Markt. Ich gehe jetzt auf den Balkon. Ich gehe jetzt auf den Balkon. Ich gehe auf die Terrasse. 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 Ich gehe auf die Terrasse.